Hey na, was geht? Willkommen zurück hier beim Callisto-Protokoll. Wir sind bis zum Hals in der Scheiße. Also mittlerweile tatsächlich. Also wortwörtlich quasi. Das heißt aber nicht, dass wir noch irgendwo anders lang gehen können, um da Scheiße zu machen. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir haben immer noch den 01.01.2023. Bis jetzt ist es ja noch nicht so scheiße. Oh, yeah. Oh, yeah. Tja, okay Mich springt auf jeden Fall was an Schöhn Pfff. United Cola, Alter. Schmeckt wie bei Muttern. United Cola, kennt man. Typisch die Muttis, die einfach eine Cola machen. Alle Cola-Hersteller. Cool. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hmm. Was ist das hier? Ich hasse es, wie er um die Ecken geht Weil man weiß, früher oder später wird da was kommen Fuck you Okay, da geht es in zwei Richtungen Okay So Pissviecher einfach Okay, also das Beste, was ich jetzt gegen die machen konnte War einfach hin und her laufen Gut, aber wo lang jetzt? Oh Ne, da bin ich rausgekommen, oder nicht? Jetzt wird uns was angreifen, Freunde Ich mag das hier gar nicht Sind wir unsichtbarer? Was ist das? 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 Okay, da fehlt ne Sicherung Hier ist ne Sicherung Habe ich vorher gucken sollen, ob ich durch die Tür da komme? Mit einem Arm kannst du nur noch einmal hauen Habe ich vorher gucken, ob ich die Tür da komme Ich drück einfach E weiter Nix Alles was ich immer wollte War meine Ruhe Oh damn Okay Very unangenehm Okay Ich kann einfach kaum was sehen die ganze Zeit Warum auch immer die da unten freuen sich Ich kann einfach kaum was sehen die ganze Zeit No 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 Ok, aber welche Tür jetzt? Nehmen wir die da draußen? Müssen wir hier? Wir gehen einfach hier, fuck it. Okay, I see. Sturz! Death is coming. Jo. Very much true. Pfff, Freunde ich bin so angespannt. Ich bin so angespannt. Eh, wie unangenehm. Ne, da ist ein E drin. UJC Druck für alles was Sie benötigen. Warum sind hier so viele Heilungsteile oder? Ist das nicht ein bisschen weird? Wir nehmen das jetzt mit der Aufladung. Ich habe keine Ahnung was das bringt. Qualitätsprüfung bestätigt. Wir müssen unbedingt. Ne, 2700. Wir wissen schon, dass der lebt, oder? 100 pro macht er jetzt gleich Faxen. Ja. 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 Ja, du wichser. Tentakel und Mutationen Freigelegte Tentakel sind eine Warnung, dass der Gegner kurz davor ist, zu einer stärkeren Form zu mutieren Mutierte Gegner haben mehr Gesundheit und stärkere Angriffe Schieße auf die freigelegten Tentakel, um den Gegner schnell zu töten Stampfe auf Gegner auf dem Boden, um zu verhindern, dass sie weiter mutieren und wieder angreifen Das kommt von hier Ah, ich bin hier Nein, das ist er nicht. Ich habe komplett den Namen nicht gelesen gerade. Sorry. Ah, okay, da ist nur ein Bild. Vollständig verarbeitet ist wieder gewonnenes Wasser, wird über Abwassertanks, 6 in der Hydrokulturanlage, bla bla bla. Hör zu, wenn du das hören kannst, schieß auf die Tentakel oder schlag sie ab. Es ist der einzige Weg, sonst werden sie nur größer, stärker. Ich kann sie hören, sie kommen hierher. Ich lasse nicht zu, dass sie mich kriegen. So will ich nicht sterben. Okay. Okay. Oh. 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 Was ist das? Hier entwickelt sich keiner weiter. Halt, Stopp! Ihr bleibt alles so, wie es ist. Was ist das? Stopp! Freie Auswahl! Das sind alle 900. Wir kaufen Schadensupgrade für die Pistole. Druckfuhrverwendung überprüfen. Gegenstand aus Druckfertigung info. Ich denke mal, wir machen jetzt die Wasserversorgung an oder aus oder was auch immer wir damit machen. Alter, wie sieht denn die Knarre jetzt aus? Das ist ja nice. Und dann geht's zu dem Hund. Säuberung gestartet. So geht das. Säuberungsprozess läuft. Was zum... Oh. 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 Achter. 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 Was ist das? Säuberung abgeschlossen. Zugangsluke geöffnet. Leitersteuerung bitte aktivieren. Wir werden erst noch in den anderen Raum gehen. Freunde, wie es hier weitergeht, das seht ihr schon in der nächsten Folge von Kalisto-Protokoll. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr auch. Wenn ja, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Hinterlasse mir auf jeden Fall gerne einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.